Hallo Fans, ich bin begeistert. 3-1 gewonnen. Spitzenreiter. Und wer ist die Nummer 1 in Hamburg, der darf ich mal nachfragen. Das sind wir und bleiben wir auch. Das ist jetzt einfach hundertprozentig klar. Aber was ich gesagt habe, ist eingetreten. Das war das schwere Spiel. Das war ein schweres Spiel. Also Kritikpunkte hätte ich ja auch, aber die will ich heute mal nicht sagen. Da waren auch Kritikpunkte drin, bei uns in der Mannschaft. Und ich konnte das auch nicht ganz begreifen, diese Auswechslung und Einwechslung. Aber das ist alles. Aber jetzt kann man natürlich sehen, dass der Tietz die Mannschaft, ich muss nochmal auf Tietz zurückkommen, dass er die Mannschaft gut in Schwung hatte. Und jetzt unser neuer Trainer hat sie gut übernommen. Und jetzt natürlich, was Puppe auch versprochen hat, er trifft und hat wieder getroffen. Und Kali hat auch ein wunderschönes Tor gemacht. Aber dass er freut sich an den ganzen Spiel jetzt. Mein Freund Bagari hat ein Tor gemacht. Also Bagari, ich zieh den Helm und Mütze nochmal. Also mir gehen die Haare hoch. Aber ein schönes Tor gemacht. Spitzenwinkel. Und du hast ihn schön getroffen. Das war für Peter mit das Optimale. So, noch was zum Spiel gesagt. Also den Kapitän nochmal ein bisschen kritisch. Den Kapitän nehm ganz so. Drumherum war das ein schönes Paket heute. 3-1 geworden. Natürlich auch durch gravierende Fehler von unserer Auerfreunde. Kann man ja mal sagen. Aber ich bin begeistert. Ich will mal einen rauskehren, der heute für mich ein klassisches Spiel wieder gemacht hat. Den hätte nicht nur ein Tor gegönnt als das letzte. Das ist Gurukusakai. Der wird immer besser als Santos auch. Die beiden, die haben mir sehr gut gefallen. Auch die Abwehr auch. Aber wie gesagt, es gibt kritische Punkte. Aber heute keine kritischen Punkte. Heute wird ein Bier aufgemacht. Hau rein, Kollegen. Na, HSV. Wir gucken wieder von oben runter vor das Mütze. So will ich das sehen. Und so will ich das hören. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft. Und natürlich an das Trainerteam auch. Alles klar. Wunderbar. Alles Gute. Kommt gut nach Hause, ich gucke uns. Du machst doch keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, die Auerner sind ganz normale Leute. Alles klar. Tschüss, nur der HSV. Ich hab wieder ein schönes Wochenende. Ein Uhr noch geil. Tschüssi. Tschüss.